dort können wir diese scheiße aus mir rausholen oder sind hier in der world und versuchen die scheiße aus ihr zu kriegen wie schon gesehen sind die ganzen du es wieder da also ist der dumme aggressator oh die knalle ist echt super gut ich habe noch nicht mehr kann dieser blöde stein ich sehe hier überhaupt nichts ich bezweifle ich war bitte in ruhe hier einsammeln das kann so nicht sein leute müssen ein bisschen schön ein schuss ich sehe überhaupt nichts Der Wildschirm ist so kacke schwarz Meine Güte Das ist ein Gewehr lohnt sich nicht Schauen wir mal, hier ist ja auch ein Legi-Dude Oder ein anderer Legi-Dude, der irgendwo hingefallen ist Das ist jeder Legi-Dude, nein, das ist doch ein Legi-Dude Aber dann nehmen wir, glaube ich, alles mit Vor allen Dingen, wir brauchen wir ziemlich viel, da haben wir Schafschützen gegen Tiere Na, ich glaube, so einen habe ich schon Das amte Kriegerin Ah Eigentlich ist die Waffe unladbar, aber manchmal gibt es Bugs Die unendliche Waffe ist kein Cheat oder so Das steht ja hier im Spiel nicht Das ist halt eine Legi-Waffe So, geguckt, ob ich das hätte doch einfach Ach, die Dinger sind noch da Wieder neu Ich hoffe, sie läuft da nicht rein, bevor ich das hier entschärft habe Na Jawoll Wie hier Ist noch alles wieder da So bitter Seinen Helm hat ihn geschützt Gut Uiuiuiuiuiui Walther Falther, was haben wir denn noch verwopfen Ja Serverabsturzendes Größen Den habe ich platt gemacht Ich hätte das Server kackt aber wieder ab Er packt mich wieder ab Ist natürlich nicht so geil Aber es kann man ja nicht machen Ziemlich viele jetzt so eine big fucking gun, aber ich mein so ein fat man, ja geil. Ich muss ja hier, ja, ich nehme das Gausau, schau mal, wo was ist. Wir können sie immer durch die Wände schießen, ich kapier's nicht. Wo ist der? Ich muss ja nach vorne. Scheine Pagana zu sein irgendwo da, aber wir sehen sie nicht. Also heute kann ich da keine Handkmalade schmeißen, oder? Na doch. Na gut. Du bist echt am Arzt, weißt du das? Wo müssen wir denn jetzt lang? Weg damit. Ja. Da lang. Ja. Hast du Hilfe dabei? Ach. Das war alles so schön entsperrt. Jetzt kann ich den ganzen Kackgenau nochmal machen. Eintriff. Ja, das könnte es ja sein, ne? Aha, okay, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Okay, okay. Da ist das da nicht. Habt ihr schon gesehen, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, ey, das kann nicht sein. Mein Gehirn arbeitet überhaupt nicht. Ich hab's noch mal. Na, also. mal geht doch gut sie sich da die wir eigentlich auch immer an der sprennvolle vielleicht doch nicht seine kopftschutz Eingelegtes Fleisch hat er sogar.